Willst du mich kommen sehen? Boss, die Energie sinkt unter das Optimum. Alles umsteuern. Wir haben nur eine Chance. Tor, ich brauche dich in der Kirche. War das so auch im Film mit dem Eis? Ja, genau so war es im Film. War es dann nicht so, dass er dann dieses Waldstück schafft und dann haut ihn der Hulk noch kaputt oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss den wirklich nochmal gucken. Das ist alles so ein Blur. Natürlich, der MK45 hat sich irgendwie vermisst. Aber wie in der Tradition von diesen superlangen Superheldenfilmen, der Batman vs. Superman soll ja auch so ewig lang gehen. Da kam heute die Zeit raus. 4 Stunden 80. Der geht noch länger als Dark Knight oder so. Oh Gott. Aber in dieser Tradition sind wir geblieben und haben auch diese Folge extra lang gemacht. Ja. Und irgendwann ist aber auch Schluss. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.